Gaja, ich bin Leandro und seit wir wegen dem Coronavirus nicht treffen können, wir haben uns entschieden, dass wir für euch was machen, so dass ihr uns nicht zu viel vermisst. Wir werden zeigen eine Kombination. Ja, wir werden eine Serie von Videos machen von unseren Elementen, die wir auch von unserer Trickkiste rausbringen. Trickkiste. Ja, diese Kombination wird für vorgeschrittene Tänzer. Ja. Alles können wir vielleicht versuchen, aber es wird nicht so einfach sein. Nein, aber wir wollen euch motivieren zu tanzen und das ja ausprobiert. Und es funktioniert so, zum erst, wir werden zeigen ganz langsam eine Kombination. In vier verschiedenen Richtungen. Ja. Danach werden wir mit Musik erst tanzen. Sorry, bevor wir mit Musik tanzen, wir geben euch ein paar Tipps. Ja, wir werden nicht so viel erklären, aber vielleicht in bestimmten Stellen vielleicht sehen, was richtig passiert. Tipp auf bestimmte Sachen. Und dann tanzen wir mit Musik auf verschiedene Dynamiken. Und das ist alles. Und dann fangen wir langsam an. Genau. Wir gehen ein bisschen weiter mit. Ja. Und dann fangen wir mal an. Ja. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was sehr schwer ist für die Fulgern, es ist wahr zu nehmen, wenn die Volkada nicht mit einem Kreuz am Ende ist. Das heißt, Leandro vermeide, dass ich das Kreuz mache und danach fühle mich vorwärts. So, die typische Volkada, wir schließen immer durch ein Vorwärtskreuz mit Gewichtwechsel. Jetzt, was wir nutzen, ist eine Variation, ich vermeide das Kreuz durch eine Verwärtskreuz. Andere Stelle ist sehr schwer, es ist die Soltada, denn achtet darauf, dass ihr die Information rechtzeitig gebt und dass wir es rechtzeitig nehmen, um zu vermeiden, dass unsere Ellenbogen uns wehtun. Und der letzte Element, vielleicht zeigen wir uns nicht. So, vorwärts und schon. Soltada. Wir treten uns in diese Position. Wir landen. Und die Dissoziation ist sehr wichtig, dass ihr dissoziiert, um das ganz schön zu machen. Wir machen jetzt mit Musik und wir versuchen mit verschiedener Dynamik oder unterschiedlichen Größen des Schritt zu zeigen. Das ist sehr wichtig. Ich bin sehr gespannt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war Vuelva zur Copiazzolla. Copiazzolla in Boscheneche. Bitte bricht eure Beine nicht. Ja, es ist eine schöne Kombination. Versuch langsam. Viel Spaß und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.